So jetzt nehme ich auf jeden Fall auf, jetzt habe ich unnötig nur ein Part angefangen, naja. Naja, egal. Dauertzeit ein bisschen länger zu rindern. Naja. Wenn ja... 4 das gleich ist halt. Warum, was ist denn dran so schleiß so? Keine Ahnung, ich schalte immer nicht das gleich so aus, wenn so viele... ...quiz will wie gehen. Kuh. Na, ich hab vorhin... Ne, das so, das sage ich nicht, was ich vorhin aufgenommen habe. Was denn? So, ja. Ja, das nehme ich nochmal richtig auf und dann versuche ich mir mal richtig zusammenzureißen. Schaff's. Das war so geil. Besonders ich habe bei dem Spiel habe ich übelst gefehlt, ja. Bei dem. Ja, das war so übelst easy. Diese... Naja. Boah. Ey, das hat mal 15 Euro gekostet, ja. Oh, ganz ruhig. Ich habe aber auch noch ein altes Spiel von Cristine. Cristine. Yeah. Oh, mein, 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 mein Pferdchen. Das ist bald 31. Oh. Die Pätschen sind total billig. Das habe ich damals für 50 Millionen gekauft. 28. Obst, renn, naja. Ich habe mein Drake hier komplett alleine aufgezogen. Von 1? Das war mal fair, das habe ich... Ich habe 7 Level übersprungen von... Sprung von 13. 13er Pony gegen 20er Drake eingetauscht. Und den Drake habe ich hier. Ich habe mal von 29 auf 36 in Pferd. Das war das höchste, was ich mal geschafft habe. Level up. Hurra. Ja. Penner. Achso, ja. Achso, ja. Alles Gute, Mensch. Stirb. Stirb. Jo. Ich habe vorhin auch einer gefragt, ob Paul der echte... ne, ob Markus der echte Paul ist. Was? Ja. Habe ich auch nicht ganz so die Frage verstanden. Wurden das? Ne, bei Skype. Aber ich sage lieber nicht den Namen, sonst wäre es peinlich für den Ding. Ne, äh, ne, das war nicht Skype, das war woanders. Ich will das vorher sehen. Achso, ne, das war Ingame. Hier, spiel. Mach mir ein Let's talk about sex. Ähm, naja, also, Verhütung ist cool. Ne, das schreibt er wieder bei Skype. Achso. Achso, naja, achso, dann lassen wir's lieber. Hä, ne... Ey, guckst du jetzt separat bei Skype so, oder was? Ne, das Chat ging da und auf. Achso. es war immer nur er hat gut zuerst ich bin immer hier geleuchtet irgendwie weil er immer neu geschrieben hat egal ob ich weggeklickt macht er beschäftigt habe ich dich beschäftigt aber ich wollte ich hab es hat irgendwie so gelacht ich konnte sie weglegen warte mal brauchst du roten Kars oder so nie du hast ja noch ganz viel oder auch rote Kars ich hab ganz viel Level 14 blauer, ne? ich hab 770 rote Kars Level 14 holen blauer, ne? ich hab 22 Level 6, aber naja also guck mal was ich immer drin habe diese Sachen ich seit drinnen habe ich immer drin also diese letzten 5 ah ja 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 das soll dieses ähm dieses war doch mal dieses Cash-Paket irgendwie das war mal der letzte oder sowas alles wieder mal rein wieviel insgesamt Angriff geben die also diese 5 Pass wieviel geben die also der eine macht dann nur einmal für den nächsten Auto macht ja doppelten Damage ne? ja ähm ich glaube ich hab 1800 so und mit allen hab ich 2345 gerade oh das mies oh ich hab den Samen vergessen oh je also ich wundere mich gerade weil ich hab ziemlich wenig Angriff gerade als sonst warte mal ich hab den Barf hab ich drin ich hab Schwerter ich hab gerade nur 2000 ich bin ja genau so wie ich mein Gewölbe gestorben ist aber ich steuere nicht zu hat nur die ich unterbreche ich total auf das tun ich unterbreche ich immer wieder das Gefühl ja ahnung er jeweils durch diese Aue ist im letzten Raum da Wienerko aber ich vermies die Macher kann man treffen die Menden dann auch ganz viel auf die Akos und um na ja bei 106er wurde ich einfach gestunt und ich hab ich war dann ein bisschen afg und so keine Ahnung hey jetzt du ich muss gar nicht mehr also ich bin nur einmal gestorben im ganzen letzten Player und das war als ich afg ein Gewölbe war weil man da hat meine Zeit jo sag mal hattest du denn du hattest doch irgendwie mal äh gesagt dass du irgendwie du hattest doch noch so einen Ritter-Account ne? den wolltest du doch irgendwie entsperren oder? ja aber das ging irgendwie nicht weil die das nicht fertig kriegen mir eine E-Mail zu senden und da muss ich angeben weil ich mir das letzte Mal Cash gekauft habe und was das speichere ich mir natürlich nirgends oder sowas ja also ja das ist natürlich das interessanteste und das wichtigste ne? ich musste sagen wann ich gekauft habe was ich mir gekauft habe, die letzten drei Sachen, wo ich benutzt habe und sowas das war, oh Gott ey, ich hab kotzen können potenzieller Cash Käufer sofort Account wiederherstellen ich hätte kein Cash gekauft, Alter ah dann hätte man ja gar nicht herstellen können welches Level ist in der Ritter? äh 96 okay das troppig ich könnte mir mal vielleicht mal gucken vielleicht werde ich in der nächsten Aufnahme mal ein bisschen handeln weil ich verkaufe ich meine 73er nur mit miese 85er aber ich weiß nicht, 85er sind auf jeden Fall selten als 73er ja die droppen man ja nur im Sehnturm ja auf jeden Fall wären schon G5 mit HR segeln schon relativ nice was ist denn das? ey, mich hat schon wieder einer angefragt, ob er mein Lehrling sein ey, schon zum zweiten Mal, er macht immer ganz schnell weg warte, wenn er jetzt wieder kommen, bin ich schon mit der Maus auf dem Feld bin ich ganz schnell so soll ich die schon mal samtmäßig sagen, wir nehmen schon äh, 22 Minuten auf yeah ja 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 auf jeden Fall die Abyss, also die 75, 75er Rüstung die finde ich beim Ritter, die sieht richtig nice aus einfach würde ich mir auf jeden Fall auch zulegen, aber meine Rüstung ist halt noch komplett ausreichend hm naja hm so ich wäre mal cool, wenn es wieder so äh coverbare Kostüme gehen würde irgendwann mal hm, ja das fehlt übelst, aber das haben sie gemacht, damit man nicht vorkommt oder so ja klar, aber ich denke mal, die wollen die Verkaufsraten von diesen, äh, 21ern plus Dornstar irgendwie rapide anheben hm das ist halt, ich denke mal, wenn du dann irgendwie eine plus 25er Waffe hast und dann noch ein plus 3 covers wäre irgendwie, keine Ahnung hm ja ich hab, ich kriege jetzt keinen Error, wenn ich hier die Treppen runterlaufen hm na wenn nicht, kann ich dich ja auch, wenn Notfalls rufen hm oh ja toll, kurz bevor ich fertig bin, den letzten Dings hinter mir haben ich hab, wer die Nummer gestanden Mann ähm, ich gucke immer über Inventar, das ist vernerblich also ich hatte letztens, hatte ich hab ein bisschen Gold ausgegeben für ich hab mir zwei, äh, Raffis noch gekauft, plus 1er ich hab mir 50 Mondsteine gekauft, weil ich einfach mal Bock hatte aber hat ein bisschen was raus und so eine 30er, ähm Cash-Tränke für Notfälle die 1000 HP erstellen oh ok mit denen hab ich, mit 40 hab ich dann Pyrer gemacht, die waren total hilfreich so ja ich bin bei der Valkyre, wenn sie da ist oh, die Valkyre ist da, soll ich sie mal killen? ja, kannst sie ja machen das schaffe ich gar nicht, ich bin so schlecht drop die was geiles, ne ne ich weiß nicht, ach, jetzt klappt die eh nicht also ich kill die jetzt mal ja, ich kann auch mal mit bossen hm, automatisch macht man das hm, also wir könnten ja auch mal, äh, weil du brüchtest ja noch ein paar FP, ne ja, Akan wenn ich dann, ich denk mal, ich bin ja dann ein bisschen schneller 90 mhm ähm, dann könnten wir mal Akan gehen ja, den tauchen wir auch noch auf jeden Fall durch ich schätze mal, wenn ich 94 oder so bin, bist du ja auf jeden Fall schon 90 ja, ich denk mal, ich denk mal, ich werde jetzt sowieso jetzt schneller Level-ups kriegen, ich hab jetzt schon wieder 35% ja und dann können wir, dann können wir da ein bisschen rocken gehen auch mal Akan, um was anderes zu sehen weil der Akan, der gibt so geile FP also für die, die im Gewölbe immer noch nicht ausreichend hatten, wie der gute Paul ne weil wir wollen ja, also wenn wir wollen ja noch ein bisschen weitermachen ja, mal gucken mal gucken, vielleicht schmeißen wir auch alles hin und vielleicht nein ja auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall schon mal was geschafft, also ja ich denk mal, so 90 plus naja so, auch bei mir, ich weiß, es gab hier viele, die sich auch über meinen Mikro und sowas, ich weiß, ich hab nicht gerade hier, ich hör mich in den Netzplays auch war ein bisschen scheiße an muss ich mal gucken, wie es jetzt ist, ist jetzt vielleicht auch so eine Art Testaufnahme, die Session jetzt aber muss ich mal gucken, ich muss mal rumgucken ja, ansonsten wollte ich mir sowieso mal neue Equip so kaufen real life, also real life Equip nicht ja ja, aber ich wollte mir eine neue Tastatur kaufen weil meine alte ja genau ich hab die so rübergekippt und meine Windows 95 ist halt nicht so das See Yellow vom See Eek auch geht's schon und dann kaufe ich mir auch gleich eine neue Maus und ein schönes Maus Pad oh und so weiter und dann mal gucken, wie viel noch übrig bleibt vielleicht kaufe ich mir ein Headset, weil ich hab, also ich nehm da nicht mit einem Headset auf, ich hab hier so ein Mikro aber das ist gar nicht meins, also das gehört meiner Schwester so Wendy ja Wendy Headset oder Barbie Hauptausgeräte nee, das nimmt sie manchmal irgendwie so für Musik und sowas jedenfalls hab ich mir das einfach mal geklaut und ja, würde ich meins, ich hab noch ein Headset extra auf, aber würde ich da das Mikro nehmen, da ja, das wäre nicht besonders berochen, oder? nee, das ist so ein 10 Euro Ding ich wollte einfach mal ein Headset haben, weil alle hatten ein Headset nur ich nicht ich hab immer immer hier so ein riesen Mikro ein Mikro ein Mikro gehabt und alle hat immer Headset, dann wollte ich auch mal ein Headset haben, für 10 Euro eins eins gekauft das ist nix, ne? habe ich mir ein neues Headset gekauft, und das hat gleich einen Wackelkontakt gehabt tja ja, also bei mir, meine meine alten, tollen Zuschauer wissen ja auch noch, dass ich auch ein paar Probleme mit meinem alten Mikro hatte was auch von meiner Schwester war weil der hatte so ein am Anstoß hat er so ein Adapter und der hat total gewackelt, da hätte ich nur mit einem mit einem Fug, nicht nur am Kabel, also kleiner Windstoß und schon wäre alles, ja da ich auf Schulzlüden spiele, ähm, sehe ich ja dann nicht, wenn es raus ist, weil sonst kriegst du eine Meldung und da habe ich auch ganz oft die Aufnahme immer unterbrochen, um zu gucken, ob ich die jetzt habe naja ich musste auch nachsynchronisieren dann schon mal nachsynchronisieren macht nicht so viel Spaß das hasse ich ja, besonders, dann habe ich ja manchmal einfach verschnellert, damit ich nicht so ansonsten hätte ich mal eineinhalb Stunden nachsynchronisieren müssen ja dann ist es immer noch so, die Tonspiele immer noch versetzt, weil du musst ja den Part auch angucken du guckst an und dann musst du erstmal schnell zum anderen Programm wechseln, wo du auf Aufnahme drückst achso, ne, so mache ich nicht ich habe einmal nachsynchronisiert und das habe ich einfach durchgehend damit ich